Die Wolf GmbH ist führender Systemanbieter in der Heiztechnik, aber auch Lüftungstechnik und Solartechnik. Wir produzieren hier am Standort Mainburg mit 1400 Mitarbeitern. Unsere Produkte werden weltweit eingesetzt. Bekannte Referenzen sind sicher die Allianz Arena in München oder auch die Deutsche Bank in Frankfurt mit diesem Green Building. Schwerpunkt unserer Firma ist die Systemtechnik. Wir sind der einzige Systemanbieter. Das heißt, wir kombinieren Heizen, Kühlen, Kälte, Solartechnik zu einem Produkt mit einer Regelung und ich denke, das zeichnet uns ja auch gegenüber unseren Wettbewerbern durchaus aus. Das Linde Robotex System ist für uns das Beste, in dem wir flexibel sind und sind jederzeit in der Lage, ohne große Aufwendung in der Firma das System umzurüsten. Und das war eigentlich für uns der große Vorteil in dem System gegenüber den anderen. Die Betriebnahme war natürlich ein Highlight für die ganze Firma. Diese Neuigkeit und da fährt ein System völlig führerlos hier durch die Gegend. Führte natürlich zu sehr viel Interesse und auch Schaulustigen hier. Nach der Anlieferung haben wir damit begonnen, die Umgebung hier zu mappen, zu kartografieren. Dazu haben wir das Gerät händisch hier durchgeführt, haben eine 2D-Landkarte der Versandhalle hier zunächst erstellt. Im zweiten Schritt wurde dieses Bild bereinigt. Dazu wurden am Ende nur die Elemente in der Karte belastet, an denen sich das Fahrzeug wirklich orientiert, sprich Wände, Pfosten und Regale. Und im dritten Schritt sind dann die Routen, sprich die Fahrwege hier installiert worden und die Regeln, nach denen das Fahrzeug sich in der Umgebung bewegt. Die Installation verlief unkompliziert. Wir hatten in der ersten Woche das Einteachen der Strecke und in der zweiten Woche hatten wir die Tests mit unseren Packstücken, wobei eben auch Bremsversuche gemacht wurden, sicherheitstechnische Aspekte betrachtet wurden. Das Linde Robotik System übernimmt die Aufgabe, eine Palette von der Rollbahn abzunehmen. Diese wird verfahren in den Versandbereich vor die Versandtore, wo sich acht Abstellplätze befinden. Anschließend fährt das Linde Robotik System wieder zurück zur Rollbahn und übernimmt die nächste Palette. Tolle Technik, das hat unsere Erwartungen erfüllt und wir sind zum jetzigen Stand sehr zufrieden. Das Linde Robotik System zeichnet sich aus durch seine einfache Handhabung, durch die extrem schnelle Installation und auch durch die Zukunftsfähigkeit, sprich die Ausbaubarkeit und natürlich auch Stichwort Industrie 4.0. Die Perspektiven, die sich für uns daraus ergeben, sind für uns zuhause sehr wichtig. Das ist für uns das Leuchtturmprojekt, der Pilot, wenn man so will, aber es wird nicht der einzige bleiben. Ich sehe das heute schon nach diesen ersten zwei Wochen, dass wir hier große Möglichkeiten in der Firma sehen für weitere Einsatzmöglichkeiten.